So, hallo Bücher und jetzt kommen wir zu einer, ja, erstmal letzten Folge für diese Aufnahmesession und erstmal die letzte Folge vor dem Dezember. Ach ja. Zumindest für die Dingens. Ach, ihr wisst schon. Fürs, sag ich mal, Vor-Ruchladen. Bevor die die Zeit noch Projekte eigentlich anfangen. Aber wahrscheinlich geht es das mit dem Hochladen eh nicht aus, aber ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich habe erst Samstag, ich bin noch immer an der Aufnahmesession. Und das ist jetzt die vierte, das ist die vierte, die vierte Folge, das heißt letzte Folge. Die nächste ist dann am Mittwoch. Am Mittwoch, der dritte Dezember. Kommt dann in die nächste Folge. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das noch am Sonntag seht, obwohl ich glaube nicht, oder? Oder am Montag noch früh, keine Ahnung. Je nachdem wann das Video klappt. Ich weiß es noch nicht. Ich bin immer noch am Hochladen im Hintergrund mit dem Lektor. Und ich habe es gerade ein bisschen verkrackt, die Kurve. Ich freue mich schon. Wir haben jetzt momentan 17 Uhr, ja 17 Uhr 28, glaube ich. So in etwa, ja. Oder 27, je nachdem. Mein Kollege, der hat mich ja vorhin auch in Steam angeschrieben. Das habt ihr auch in der Aufnahme wahrscheinlich gehört oder so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man es gehört hat. Auf jeden Fall war es tatsächlich mein Kollege und meinte ja, das Update soll so um die 18 bis 20 Uhr irgendwann kommen. Und es dauert nur noch eine halbe Stunde, dann ist es 18 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich kommt. Wenn es da ist, ja, dann werden wir auch Muttipläger aufnehmen. Ich glaube, heute bin ich nur am Aufnehmen. Ich glaube ja, hochladen und aufnehmen. Und renne heute auch noch. Das ist das volle Programm heute. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Technikraft heute aufnehme. Obwohl ein Teil, wahrscheinlich schon. Obwohl ich muss mir das... Ach man. Ich habe ja komplett mein PC neu installieren müssen. Aber ich habe noch kein Feet of Peace drauf. Oh, lol. Muss ich das noch aufziehen und dann das noch weg drunter. Dann kann ich auch dieses Projekt wieder weiter machen. Was kommt das zuerst? Ich habe es doch gar nicht runtergeladen. Verdammt. Das muss ich auch noch. Ja, man kann nicht alles auf einmal machen. Aufnehmen und auch noch drüber gucken, dass man alles für die Aufnahme hat. Das geht leider nicht so gut. Ich habe jetzt zwar eh schon zwei Tage... Also, inklusive etwas mit Arbeiten gehen und so weiter. Inklusive zwei Tage schon geguckt, wegen alles zu installieren. Aber gerade ein paar Sachen fehlen. So wie Feet of Peace und Minecraft Ranger und so weiter und so fort. Diese Kleinigkeiten. Die habe ich noch nicht installiert. Aber alle anderen Sachen habe ich zum Großteil schon installiert. Und läuft eigentlich auch schon. Aber naja, man kann ja nicht alles auf einmal machen. Ich glaube, alles Reizen mit Fast-Modal. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon mit drauf. Habe ich auch schon vorbereitet. Aber noch nicht getestet und so. Muss ich nachher nochmal gucken, ob alles sauber läuft. Muss ich ja spätestens morgen aufnehmen. Weil ich glaube, am Montag, der erste, zwölfte, kommt schon die erste Folge. Ich will mir, dass es sich vielleicht gab schon. Ich muss mal gucken, wie ich das überhaupt mit dem Hochveränderung kriege. Ob das sich alles genau anders ausgeht oder nicht. Das ist eigentlich ein Problem. Hm. Ist halt so. Da kann ich alles aufhören. Sonst verschicke ich die Projekte, nicht auch die Uhrzeiten von 15, 18 und 20. Was sind alles am Ende so zusammengeschoben. Das heißt so, die drei Videos kommen um vielleicht 19, 19, 30 und 20 Uhr. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ich muss auch mal gucken, wie das sich ausgeht. Wenn es wirklich mit dem Hochveränderung rausgeht, dann muss ich es halt so bringen. Das geht halt nicht anders. Naja. Aber das werde ich ja nachher noch sehen. Oh Gott. Jetzt haben wir es genau halb, glaube ich. Super. Da kommt ein Flugzeug. Sehr schön. Ähm, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Da war eine BWS-Kurve. Jetzt eine Kambut-Kurve. Und jetzt nochmal eine Kambut-Kurve. Boah, das kommt da unten. BWS und Toyo-Kurve. Sehr cool. Boah. Boah. BWS. Sehr schön. Also die Kurve ist ein bisschen gemein hier. Aber es geht. Wenn man sich gut an... Wenn man sich gut schlägt, dann kann man es ganz gut machen. Alter, halt die Kiste gedauert. 272. Ja, alter Schwier. Da muss ich mal so fahren. Äh, geht am schnellsten. So. Das war's schon. Ich dachte, da gibt es noch mehr. War das jetzt nur ein so ein Dingens? Ne, zwei, ne? Oder? Eins oder zwei? War das jetzt ein UL Dingens oder waren es zwei? Ich hab da jetzt keinen Plan. Ich hab jetzt nicht wirklich auf was. Egal, es ging für mich irgendwie schnell irgendwie gerade. Hm, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ja, alter. Willst du mich jetzt nerven? Jetzt ist da auch ein Drag aufgetaucht. Ist mir jetzt egal. Ich fahr jetzt zu diesem Rundkurs. Ist mir jetzt scheiß Schnuppel jetzt. Das mach ich dann später. Oh Gott. Den wollte ich mal verhandeln. So. Äh, einmal muss ich ja gemeinsam, ne? Ne, war natürlich ungewollt, ne? Also. Auf keinen Fall nachmachen. Zumindest nicht in echt. Das, 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 das wäre nicht so, ja, nicht so gut ausgegangen. Wenn man das in echt ausprobiert. Das geht nicht so gut aus wie hier. So. Hier haben wir es. Eine große Strecke. Naja. Hoffentlich, ich schätze das Spiel nicht. Weil sonst hat ich ein Anfall. Ich krieg nur ein Anfall, wenn das Spiel abstürzt. Abstürzt, ne? Also das ist... Geil. Jetzt ist ein Grafikpark. Das hat man vielleicht ein bisschen gesehen. Da verschwand ein bisschen was. Und dann taucht er es wieder auf. Das ist richtig cool. Wie rasend dahin, ne? Ja, also der Kübel, der... Der geht nicht mehr viel schneller. Außer wenn er nur gerade ist. Dann geht's gut. Aber... So wie hier mit Kurven und so, dann... Dann, dann, dann geht's doch noch viel schneller. Na gut, hier geht's noch ein bisschen. Aber jetzt muss ich eh schon abbremsen. Oh fuck. Das war die Stufstange. Und vielleicht auch ein bisschen Anteil von der Mutter auch. Egal. Na, 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 na. Oh, da ist ein Hotel. Hm. Interessant. So, komm ich da durch? Komm ich da durch? Komm ich da durch? Jawohl. Perfekt. Also etwas kann ich ja noch. Aber auch nicht alles. So. Zum Beispiel die Kurve ging nicht. Man kann ja auch nicht alles können, ne? Das ist niemals ein Problem. So, ne? So, ne? 13 Sekunden. Fast 14 Sekunden sind die hinten. Ach du meine Güte. Da geht nix weiter bei denen. So. Oh, Taxi. Huh. Oh, schafft man einen neuen Rekord? Oh, Scheiße. Oh ja, wir haben ihn. Ich glaube. Oh, bei 278 steht er an. Oh. Also, schneller als die 278 geht er mal nicht. Also, was war natürlich nicht gewollt, ne? Mit der Höchstgeschwindigkeit. Aber loll. Mit 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 mit. Hehehe. Ich habe anscheinend so einen guten Stunt hingelegt, dass ich fast komplett voll war mit mit mit. Ist das geil. Ja, ist nix gewesen, Leute. Also, ihr habt nix verpasst. Okay. Sowas finde ich am geilsten. Oh, jetzt habe ich endlich mal die Kurve geil gekriegt. Aber dafür die jetzt nicht. Ja, genau. Man kriegt einmal etwas gut gebacken und dann kriegt man gar nichts mehr gebacken. So wie die Kurve. Trotz Nidu. Ein Schuh. Egal. Wow. Ich soll ja auch mal auf die Straße gucken. Und nicht auf die Gebäude. So. Ja, also. Soll ich das nicht mehr gebacken? Ich habe nur gekriegt. Gekriegt. Auf die Reihe gekriegt. Okay. So. Wow. Ach, nur noch eine Runde. Ist ja gleich vorbei. Mal gucken, ob man nochmal so was anschlagen können. Ach, das war zu weit neben. Verdammt. Denkst du einmal in die falsche Richtung schon umzugehen? Zwei mindestens Knöpfe vorbei, Alter. Das auch. Okay, den habe ich jetzt gestreift. Verdammt. Naja, ist halt so. Vielleicht kriegen wir die Kurbel jetzt wieder. Und wie wir sie kriegen. Für die jetzt nicht. Doch. Sehr schön, aber für die jetzt nicht, oder? Ne. Hab ich doch gesagt. Boah, Alter. Das war jetzt geil. Jaja, es läuft nicht schlecht. Alter, 26 Sekunden. Was geht denn ab und gehen? Ich gucke immer falsch hin. Aber gut rausgekickt, ne? Hahaha. Naja. So. Die letzte Runde ist es jetzt schon. Und den Autofahrer. Okay. Schauen wir mal. Aber ich denke jetzt ist der Sieg sicher. Ganz ehrlich, Leute. Also wenn ich den Sieg jetzt nicht hab, weiß ich auch nicht mehr. So. Ein TTO ist mitgefahren. Ja, ist mir Schnuppe. So. Neue Ware beim Autohändler. Okay. Nitro-Entlüftung jetzt wieder. Ich denke ein Sprint und so mache ich und dann schaue ich mal, was es für Autos gibt. Ich denke ein Sprint geht so ein super Erfolg aus. Ja, müsste noch rausgehen. Ja, der geht sich noch auf jeden Fall aus. Das ist ja voll beschissen. Scheiße. Mann. Kann ich irgendwas in der Folge gut machen? Und. Oh Mann. Ja. Ist klar. Und die ziehen jetzt vorbei, ne? Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar, Leute. Verarscht mich nicht mehr. Aber die fahren eh Gott sei Dank so langsam und berücksichtigen, dass ein Unfall war und äh. Lassen mich dann wieder nach vorne. Die sind wenigstens so viel. Ja. 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 So, aber jetzt bin ich mal ganz gemein. Und äh. Nehmen wir mal eine Abkürzung. Hehehehe. Hehehehehe. So. Damit ich halt ganz gemein bin. Und das habe ich jetzt auch gewonnen. So Leute, ich würde sagen, das war es jetzt für diese Folge. Ich werde jetzt noch das Geld benötigen. So, jetzt werde ich für die Biest installieren und dann werde ich schauen, dass ich auch ein bisschen Techcraft, wenigstens ein, zwei Folgen noch mache. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, warte mal, ich kann doch mal gucken hier, ich habe ja mein schlaues Zettelchen hier, hört man ja auch. So, das ist der Zettel. Wenn ich die zwei hier aufnehme, okay, dann komme ich mal bis soweit. Warte mal, da ist der Nixler Zettel. Ja, also ich müsste halt wirklich alle Techcraft-Folgen aufnehmen. Dann könnte ich auch die letzte Need for Speed-Folge hochladen. Ja, ist, ja. Okay, ich sehe gerade, der LS13 mit Forstmord, der kommt tatsächlich schon am Montag. Also nicht am Dienstag oder Mittwoch. Ich weiß nicht, kommt ja auch Mittwoch. Ich weiß es jetzt momentan nicht ganz auswendig. Ich habe hier leider nur den Montag draufstehen. Dann habe ich gesagt, nee, ich mache es doch auf der Excel, weil es dann besser ist. Egal. Egal. Früher habe ich halt so alles auf den Zettel draufgeschrieben. Und, ähm, ja. Dann will ich auch sagen, werde ich jetzt ja viele Beasts installieren und werde jetzt auch mal gucken, wie weit das beim Hochladen ist. Äh, wenn es langsam wieder ein bisschen knapp wird, also dass, äh, ein Leerlauf sonst noch mehr geht. Weil die schauen, dass ich den nächsten schnell rendere und dann wieder hochlade. Ähm, denn ich habe eh sonst nichts zum Hochladen. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe momentan überhaupt nichts zum Hochladen. Es sind eh nur über 13 Videos, was, ähm, jetzt da, ähm, aufgenommen werden wurden. Okay, ich habe noch 7 Videos von den 13. Äh, das sind nämlich noch die Techcraft. Die restlichen, die haben wir schon. So, das war jetzt ein kurzer Gatt. Ähm, dann würde ich sagen, was ist auch für diese Folge. Es ist eine positive Bewertung da, und so weit und so fort. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal nachgucken, wie weit das im Hochladen wurde. Und, ähm, muss ich nachher noch gucken, wie weit die Biest und das alles installieren. Und dann natürlich Craft noch vielleicht aufnehmen und so weiter und so fort. Und ich freue mich schon auf den Update für den Multiplayer, für den Euretrux Nr. 2 Multiplayer natürlich. Und, äh, natürlich auf den neuen DAF, der ja dazu kommen wird. Und, äh, dann, ja. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020